herzlich willkommen auf dem youtube kanal von elektronikmagazin.com mein name ist esron ich gebe dir heute ein paar tipps welche beim kauf eines dolby atmos soundsystems beachten solltest zuallererst warum sollte man zu dolby atmos greifen das ist eigentlich sehr einfach denn gerade auch beim kinobereich ist dolby atmos aktuell der way to go wenn man die bestmögliche qualität haben möchte da gerade die klangqualität bei dolby atmos ungeschlagen ist theoretisch gibt es noch die tsx was ein anderes audio format ist das theoretisch sogar auch mehr betraten unterstützt aber aktuell kommt das trotzdem noch nicht im gesamt in der gesamten klangqualität an dolby atmos heran von daher sollte man wenn man wirklich aktuell die spitze haben möchte zu dolby atmos system greifen aber das anschaffen eines solchen system ist mit sehr sehr vielen menschen arbeit verbunden die welche gleich aufzählen von daher erstmal dranbleiben und wenn man am ende immer noch so ein system haben möchte auf jeden fall zugreifen zuallererst ist natürlich der bereich sehr hab ich also dreistellige summen sind hier das absolute minimum im normalfall wenn man ein aktuelles dolby sound system haben möchte muss man schon zu einer vierstelligen summe greifen ist nicht für jeden was aber sollte man auf jeden fall mit dem hinterkopf behalten wenn man sich so ein system zulegen möchte auch ist das aufbauen positionieren im vergleich zu vielen anderen systemen etwas anspruchsvoller daher einige systeme ganz eigene aufbausysteme eben haben und jetzt vor allem also auch mehrere geräte sind auch gerade soll die atmos arbeitet auch mit höhenklang von daher ist auch sehr sehr viel platz von nöten wenn man dann die einzelnen laut sprecher aufstellen möchte daher sollte man auf jeden fall auch hier bedenken dass man sich platz schafft dass man weiß wie man das positioniert bevor man überhaupt daran denkt sich so ein system zu holen denn wenn diese ganze laut ruhig ja nicht ordentlich platziert werden dann bringt einem auch das solby atmos system nichts da es dann eben nicht glänzen kann so wie es eigentlich sollte auch gibt es leider immer noch nicht allzu viel content dass man überhaupt dolby atmos abspielen kann also seien es jetzt blu-rays seien es jetzt streaming anbieter wie netflix oder amazon prime oder sowas glatte kommt jetzt immer und immer und immer mehr aber viele dieser dieses dieser filme serien content auch andere sachen musik gibt es mittlerweile noch nicht auf diesem level und von daher ist dann auch hier das system eher überflüssig da es ja trotzdem dann nur so abgespielt wird wie es in jedem anderen 7.1 oder 5.1 system auch der fall gewesen wäre und auch das gerät mit dem man die sachen abspielt spricht der receiver oder diese hautanlage oder ähnliches muss auch von sich aus von dolby atmos unterstützen damit das lautwäsche system überhaupt auf diese klänge zugreifen kann ja so viel dazu wenn einem all das bewusst ist wenn man sich damit beschäftigt hat und sagt ich möchte trotzdem zu seinem system greifen da sollte man das auf jeden fall machen denn nicht desto trotz ist das ja natürlich am ende des tages immer noch das bestmögliche klang system das man haben kann trotzdem auf jeden fall hier aber auch noch ein sehr wichtiger tipp wenn euch das system zulegt auf jeden fall darauf achten was die anschlüsse sind was es für schnittstellen gibt da ja eben je nachdem was für ein receiver ihr verwendet oder computer da wo auch immer ihr das ganze anschließen wollt gibt es ja verschiedene arten von kabeln von anschlüssen wie man das benutzen kann von daher hier vorher einen blick drauf werfen bevor er dann im nachhinein nochmals irgendwelchen konurtern oder sowas greifen muss ist dann noch mehr extra geld dass man schon auf das sehr sehr teure dolby system drauf liegt von daher hier vorher auf die schnittstellen achten dann am besten ein system kaufen das mit dem eigenen system kompatibel ist genau so viel dazu ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen weitere informationen sowie ausgewählte dolby sound systeme findet auf unserer homepage link dazu in der beschreibung ansonsten würde es uns sehr freuen wenn ihr diesen kanal abonnieren könntet bis zum nächsten mal tschüss vielen dank für das ansehen dieses videos um unseren kanal zu abonnieren klicke bitte hier für weitere interessante videos klicke hier oder hier